Glück auf Leute! Herzlich Willkommen bei Train Like a Pro. Zuerst haben wir in einer etwas höheren Position zwei normale Volleybälle zu fangen, die wir sicher anpacken, den Ball dann wegmachen und im Positionsspiel dann die tiefe Position einnehmen und einen flachen Abdruck ins Eck und den Ball dann parieren. Wir würden euch bei dieser Übung empfehlen, auf jede Seite drei bis vier Wiederholungen durchzuführen. Aufbauend auf die erste Übung zeigen wir den gleichen Ablauf mit einem Halbogenabdruck. Das Ziel für euch soll sein, den Ball zu attackieren, sprich entweder diagonal nach vorne, aber zumindest parallel zur Torlinie den Ball dann auch anzupacken. Hier wollen wir aus einer sehr tiefen Position aus dem Kniestand einen richtig explosiven Abdruck zum Giebel hin auch erreichen, indem wir einen Schritt mit dem seitenverkehrten Bein zuerst machen und dann richtig mit dem dynamischen Bein abdrücken, den Ball parieren oder fangen. Wir wollen, dass ihr aufbauend auf das, was wir vorhin gemacht haben, wieder sehr explosiv den Ball attackiert. Und wir haben eine Dreier-Serie links wie rechts, wo ihr schnell wieder in die Grundposition zurück müsst und den Ball wieder attackiert. Bis zum nächsten Mal.